so halli hallo liebe leute wir sind heute mal wieder da beim daily ranking heute zusammen mit einer mitspielerin tracy hallo halli hallo hallöchen an die zuschauer von the line sie hat auch einen youtube kanal schaut da mal vorbei sie macht auch ab und zu mal was zu atlas projektor soweit ich weiß ansonsten ja ich habe ein paar videos gemacht was machst du was machst du sonst noch so für spiele mal so für meine also strategie ist auf jeden fall sehr stark vertreten also mit civilization 5 und 6 mit xcom ab und zu auch mal ein rollenspiel oder eine simulation aber eigentlich verstärkt strategie meiner person so und wir schauen es mal wir spielen auf der cloud spire map typischer bann von quark ist schon raus mal sehen was jetzt als nächstes kommt also ich würde ja sagen surren könnte eigentlich auch immer raus gebannt werden was ich auch schon gesehen habe oft helio helio ist glaube ich so ein gewohnheits bann von der letzten saison wo der noch so ein scramble drauf hatte da war war halt ein dauer bann ich weiß aber der so overpowered oder was naja es gibt nur zwei charakter oder gab nur zwei charaktere die scramble konnten die die halt dann extrem einstrengenden fähigkeiten das war helio und die pappulti aha siehst du nein ich wollte so red spielen wir haben doch schon einen supporter von daher musst du gar nicht supporten wir haben direkt zwei die die spielen wollen die heilt ganz gut finde ich okay 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 ich bin natürlich als letztes dran scheiße hast du was du spielen möchtest entscheide du einfach so werden wir haben beide feier power der wir haben das schon support und dinge ja los geht's oh mit hundi ja ich mag den hund das ist so geil wenn der auf irgendwas hinweist wenn du irgendwie pinks ich weiß ja genau das ist eben die frage nämlich celeste nämlich blackburn weil mit dem beiden bin ich eigentlich ganz gut ich habe auch überlegt ob ich kajen nehmen soll aber ich kann den zwar ganz gut spielen aber in einem rank match kajen ich weiß nicht wenn wir gerade davon reden du solltest nicht sagen wenn du nimmst die gegner hören zu anscheinend komm ich nehme celeste ja also ich finde kajen ist ein bisschen schwierig gerade wenn wir schon sozusagen zwei meli charakter oder nahkampf charaktere haben dann wäre kagen glaube ich nicht so gut gewesen am schlimmsten ist es wenn du keinen nahkampf charakter hast und dann spielst du kajen ja dann wird er halt rausgefokust und sofort tot genau der geht nach vorne tot und du denkst dir so ja vor allem ich bin der meinung erst gerade jetzt wo ich papp schon gepickt habe nicht die beste wahl wenn ich mich an die rand stelle hat ein problem durch meine selbstteilung ich meine okay er kann sich auch noch weg kann ja weg springen ja aber mal sehen wie es ausgeht jetzt auf jeden fall haben wir jemanden hier dabei der letzte saison diamant war gepartnert mit jemanden der auch im hohen bereich war mit dem komischen lila symbol ach so da wollte ich sowieso nicht fragen weil ich habe das jetzt schon öfters gesehen diese beiden bilder aber ich weiß nicht was das ist dieses bläuliche bläulich gold silberne ist dass er in diamant ranking war letzte saison und dieses lila symbol bedeutet er war in den oberen rängen also in der beschreibung steht nur high tier matchmaking und der kristall auf der anderen seite das ist platin den habe ich auch schön ich habe noch nix das ist nicht so schlimm wir sind ja eh im bronze unterwegs von daher ist es egal wir verlieren ja keine bewertung wenn wir jetzt verlieren sollten von daher ich weiß nicht ich habe auch ich würde auch nie alle ich habe nie alleine würde ich rank spielen weil du kennst du kennst die leute netten nachher spielen die so einen scheiß zusammen du sitzt da so ja toll ich denke mir halt wenn man selber keine komplette grütze spielt dann haben die gegner im zweifel vier leute grütze spielen und du hast drei und dann könntest ja mehr als 50 prozent gewinnen so ist die logik bei mir dahinter aber das kita da alleine rüber geht finde ich nicht so geil ist es auch nicht ich werde mal ich bin unsichtbar dann wenn ich da vorlaufen ja ich mache aber gern trotzdem mal eine falle sie kommt wieder zurück finde ich gut ich gehe mal in ihre richtung jetzt läuft halt unsere gründe darüber haben sie ein bisschen zu unterstützen ja wie gesagt ich bleibe hier hinten bei ihr ich bin ja sowieso eher so von hinten ich bin noch kurz davor meine suki auf level 20 zu haben ich glaube mein höchstes ist pub und er ist level 11 aber ich habe ich spiele so viele unterschiedliche charaktere ich weiß nicht ich nicht cool dass sie hat sich das schon gestellt hat so nee so gar nicht und dingens springt doch jetzt mit sicherheit der kegern oder ruhig machen die springt auch okay jetzt bin ich ich mache mal ein voll und ja macht das kegern ist ein nettes ziel für mich aber ich finde es cool dass sie immer wieder neue charaktere rausbringen das finde ich richtig gut aber was ich viel cooler finden würde ein paar neue maps soll noch eine neue map kommen so lange das season 2 läuft das haben wir schon angekündigt dass innerhalb von season 2 eine neue map kommen soll okay cool dann glaube ich also dahin okay ach was der cajun hat das auf mir abgesehen der wollte dich jetzt weil ihm wahrscheinlich klar war dass das kita springt und deswegen ist drei heilerin ok er hat sich bewegt da ich komme nicht ran ich komme an sie kommen du mal her sehr gut vielleicht erwischt ich ja auch den kegern oder so zwischen so aus versehen nur ganz irgendwo muss er hier stehen ich weiß deswegen nein 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 auf jeden fall bewegt ich kann mich doch versuchen so an den oh man guck guck mitkommen wir wollen ja die unseren support sofort töten war halt doof dass er sich so hingestellt hat wie sie sich hingestellt hat so dann schmeiße ich mal meine rauchbomben ich vermute ja dass dingen sich bewegen wird hier und unsere die gegnerische aurora wird springen und denke ich b alle ja aber das wäre knapp geworden jetzt ist nicht geil wassertod gewesen Ja. Autsch. So. Was machen sie jetzt? Er will sich schnell wieder heilen. Mensch, du scheiß Kagan, verpiss dich aus meiner Linie. Wir können einfach mal versuchen, Kagan zu töten. Das geht auch auf jeden Fall. Ich komme damit hin. Ja, gut. Mach das. Weil der müsste jetzt Katalisten, der kann nicht springen sonst. Ja. Und ich habe schon irgendwie 35 oder sowas mache ich. 35 genau, mache ich schon. Ja, ich mache wie viel? Äh, 34. Genau, dann. Und los geht's. Er springt nicht. Damit könnte er nämlich tot sein. Ja, weil die... Greif ihn auch an. Genau. Ah, dieser Penner, ey. Er macht so viel Schaden, aber er ist damit auch so gut wie tot. Wenn ich mein Schild nicht angehabt hätte, ey, wäre ich jetzt tot. Mhm. Und ciao. Hihihi. Ähm, ja. Hm. Ich greif mal an, Fragezeichen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich kann das doch so geil aufteilen. Komm schon. Nah hin. Ach, scheiß drauf. Ich kill die jetzt. Mensch. Wen? Ach, so, die Supporterin. Ja. Weil ich hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, den, äh, die, ähm... Beide zu treffen, ja. Genau. Aber, nee, hatte ich nicht, weil es war so ein Millimeter, der wirklich nicht funktioniert hatte. Achso. Das ist natürlich doof. Au. Ja, aber dadurch ist sie tot. Wollt ihr sagen, ist schon bei 2.0. Aber ich auch. Ja, okay, 2.1. Ja, guck mal, sie steht in deiner Falle. Ah, wunderbar. Das ist doch geil. Und sie kann nicht mal springen. Versuch mal, zu fressen. Yum, yum, yum. Heute steht Suki auf dem Speiseplan. Ja, bei mir schon. Nom, 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 nom. Ich lass die, den komischen Väter, der soll sich doch mit unserer Brünn battlen. Ich hab da keine Lust drauf. Ich hab so das Gefühl, unsere Brünn wird sterben, wenn es weitergeht. Hoffentlich nicht. 45 tut halt so weh. Sie wird aber jetzt dann wegparken mit Katalysator. Ja, das ist wahrscheinlich, ja. Ich kann ja mal gucken, ob sie versucht, hinter mich zu gehen. Einfach mal testen. Ja. Das könnte möglich sein. So, wo geh ich mal hin? Geh mal da hin, falls sie hier hinten hingeht. Wo gehst du hin? Ach so. Ja. Okay. Das siehst du ja wahrscheinlich nicht. Oder soll ich halt einfach stehen? Nee. Da runter, okay. Hast du auch Folgen gemacht? Nee, hab ich nicht. Ich bin so Brünn in die Richtung da hochgelaufen. Ah, okay. Okay, gut. Och nein. Och nö. Hm. Ähm, ich däsche. Sie hat Ulti, ne? Weiß. Und Dingens hat auch Ulti. Die haben wirklich alle Ulti gerade. Warte mal, ich werde gerade angeschrieben. Ich werde gerade gefragt, ob ich in eine Gruppe joinen möchte. Von meinen amerikanischen Freunden. Kannst du ja nach der Runde machen. Oder können wir ja nach der Runde machen, wenn sie zwei Flats haben. Ähm. So, ich Ulti mal, ne? Äh. Ach Gott, die wird doch bestimmt wegporten. Ähm. Aurora kann nicht mehr. Nee, das meine ich gar nicht. Aber hier die Suki. Ah, sie haben auch Platz für zwei. Cool. Nee. Yeah, one. You. Hä? Ich frage gerade, haben... Egal. Egal. Gut. Au, au. Ah, das tut weh. Verprügeln die dich? Nee, die Verprügeln. Ah, noch getroffen. Jetzt siehst du mich. Verdammt. Ist sie denn jetzt? Komm mal, nicht hier oben. Ja, die ist wahrscheinlich irgendwo da unten. Nur wo? Da, 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 da. Ähm. Mach 50 Schaden. Auf die. Die könnte hier irgendwo sein, zum Beispiel. Ja, aber... Äh, ich zieh... Ich mach 30, aber ich zieh ihn zu mir. Ich weiß, jetzt bleib ich hocken. Egal. Ach, er heilt sich. Fuck. Wir müssten ihn jetzt töten. Äh, ich glaube, so weit kommen wir nicht. Weil ich zieh ihn zwar ran, aber dann schießt du mich sonst nicht mehr drauf. Oh, geil. Och, nö, komm schon. Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Ich habe sie gesehen. Ich habe die dumme Kuh gesehen. Ach so, da drüben. Verdammt, die hat sich dahin in die Heilung gekrallt. Boah, die dumme Kuh, ey. Ich verfolge die jetzt. So. Du kommst nicht an mir vorbei. So, auf drei, wir schütteln hier. Ah. Äh, willst du sie jetzt alleine versuchen zu killen? Ich werde ihr auf jeden Fall hinterherlaufen. Sie hat sich die Heilkugel geholt, das weiß ich. Oh, da gehe ich zum Glück nicht hin. Da kann ich auch gar nicht hin. Warum hat sie das denn gemacht? Oh, Gott, ey. What the fuck? Das sind alles ziemlich laul, Leute. Da ist sie, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Ja, okay. Ähm, ich beiß mal zwei Leute. Ich bin ganz bei... Oh, bei. Und ich will es überleben. Das ist halt der Punkt. Äh, ich versuche zwei Leute zu fressen. Ich bin doch wahrscheinlich tot. Ich habe das Geheimnis. Tipp, 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 tipp. Ja, ja, ja. Oh, du brauchst ein paar Band-Aids. Yum, yum, yum. Ich werde dich ganz langsam töten. Hättest du wahrscheinlich einfach ignorieren sollen. Wer bei uns bleiben. Nö, er hat damit gedacht, dass ich darüber fliege, ja. Damit habe ich überlebt. Verdammt, Mann, ey. Och, die geht mir so auf den Sack. Nö. Kacke. Ich habe niemanden in Reichweite. Bewegen wir uns mal eine Runde. Dann hat man losgeweakt. Das ist okay. Revealed wäre schlechter gewesen. Ich habe einen Nano-Steel. Ja, Bons war später. Was? Wo ist... Sie muss hier stehen. Sie hat sich die Macht geholt dort. Ja, das Problem ist, ich habe dahin gezielt, aber ich habe sie nicht getroffen. Nee, sie stand auf der Main, denke ich. Acht, Stanzi, wahrscheinlich, die Runde. Ist natürlich jetzt blöd. Das glaube ich. So. Also ich finde Kita als alleinige Heilerin nicht gut. Na, man braucht halt konzentriertes Feuer, dann ist es schon ziemlich nice. Fünf Schaden. Ah, ich mach 45 Schaden, das reicht glaube ich nicht, dummerweise, für Aurora zum Töten. Weil sie wieder Heilung auch drin hat. Ja, wir gehen auf die Suki. Oh, aber du hast so viel mehr zu geben. Und ich kill die nicht, das hätte noch jemand drauf gehen müssen auf See. Hm, okay, das habe ich dann nicht mitgekriegt, dass man die hätte töten können. Verdammt. Ja, hätte ich drauf gehen sollen. Jetzt haben wir zwei in die Super Lowen. Ja, und die Suki kann jetzt wieder wegporten. Ist doch scheiße, ey. Wir haben noch zwei Schaden left. Ja, das stimmt. Das stimmt. Sie können sich versuchen zu heilen, deswegen gehe ich jetzt nur da drauf. Suki wird sich irgendwo hinforten, in Sicherheit. Oh, nicht. Dann hätte ich vielleicht doch nicht ausweichen müssen. Zum Glück bin ich weg. Ach komm, ey. Du willst mich doch verarschen. Zwei fucking Lebenspunkte. Guck mal, da ist Suki direkt neben mir. Das ist doch nett. Und sie kann nicht mehr springen. Mh. Das Problem ist, ich muss, glaube ich, weg. Weil die wird auf mich schießen wahrscheinlich. Das kann sein. Das kann sein. Die anderen zwei werden aber wahrscheinlich nicht auf dich schießen. Denke ich. Die werden auf Kita gehen. Aber geh trotzdem weg, wenn du kannst, ja. Das ist schon richtig. Ja. Aber wir könnten das gewonnen haben. Vielleicht. Dass Suki halt nicht ausweichen kann. Okay. Okay. Ich will dich weg. Du bist der Danger Zone. Und ich krieg ja noch Leben. Okay. Die ist tot. Ja. Aber es steht 4-3. Und dann haben wir noch eine Runde. Ja. Und du bist derjenige, der ziemlich angeschlagen ist. Aber ich bin ja nicht ein Reichweiter, oder? Aber er kann springen. Er kann seine Ulti machen. Er könnte mal die Ulti auf mich machen. Das ist richtig. Ähm. Tja. Dann ulti ich halt mal. Du sollst seine Ulti machen. Ich wollte gerade sagen. Ulti auf mich. Man macht nix. Wenn er sich neben mich stellt, stirbt er halt. Ich schmeiß auch mal meine Bomben um dich herum, wenn er sich da wirklich hinstellt. Aber ich glaube nicht, dass sie mich überhaupt sehen. Wisst ihr? Sie sehen mich nicht mal. Und sie kriegen sie nicht tot. Trotzdem. Man kann ja mal sicher gehen, ne? Aber eh, letzte Runde. Voll abgesichert haben, ne? Nice. Alles klar. Wuff, wuff. Ich habe überlebt. Bin ich einmal gestorben, oder? Du gewinnen. Yeah. So. Ne, du bist glaube ich nicht gestorben. War doch ne schöne Runde. Und siehst du, man kann auch gegen Platin gewinnen. Ja. Es war aber knapp. Ja, aber das ist doch das Schöne. Wenn Ranked richtig funktioniert, hast du viele knappe Runden. Ja. Oh, ich bin ein Rang aufgestiegen. Ich bin jetzt vier. Ja, ich bin gerade Bronze 2 geworden. Ja, man muss auch dazu sagen, das war glaube ich jetzt mein zweites Match oder so. Ne, du fängst immer von Bronze 5 an, wenn du spielst und kriegst 75 in Bronze pro Sieb. Genau. Also, ich habe jetzt zwei gemacht und jetzt bin ich gerade Rang 4. Also, das war es erstmal für heute wieder mit dem Daily Ranking. Dankeschön fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao. Ciao. Ciao.